Hallo Leute und willkommen zurück. Wir haben ja schon wieder gecliffhangered, diesmal habe ich das Wort auch mal richtig ausgesprochen und es nicht mit einem Spoiler verwechselt und stehen vor dem nächsten Irisstein, der einfach so rausgeplumpst war aus der Hose des komischen Typen. Es geht schon wieder um einen grünen Irisstein und dieses Mal Sia. Ich verstehe nicht, wie er so nah an den Helion sein kann, ohne dass er selbst Schaden nimmt. Also jetzt körperlich. Psychisch ist der Typ einfach ein Wrack. Und dann wird Heldalf. Ach ne. Sieht er Heldalf? Er sieht Heldalf, dann ist er wohl nicht selber Heldalf. Vermute ich. Oh, da ist einer richtig kawaii amused. Also doch. Oh. 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 Entschuldigung. Aber in Wahrheit, was ich richtig machen soll, was ich richtig machen soll? Es ist ein schwieriges Problem. Du hast es gesagt, dass ich die Wahrheit verletze? Huh? Zabida? Achja! Ich habe mich verletzt. Und wie geht's das? Ich denke, dass ich mich nicht darüber nachdenke. Ich denke, wir gehen zu Mabin. Das stimmt. Ich denke, ich habe auch noch ein paar Gedanken gemacht. Gut, das heißt, wir sind endlich fertig mit dem Sammeln der Irissteine. Finde ich gut. Im Gegensatz zu dir. Zundere. Tausendklauen. Alter, wie viele denn noch? Ich glaube, dass die anderen Menschen in der anderen Seite sind, ist das so ein bisschen. Ja, das ist doch. Sie sind ein Tänkenker. Ich glaube, dass es so ein bisschen was gibt. Mikurio. Wenn ich mich nicht überraschere, dann kann ich mich nicht beantworten. Ja, das ist doch nicht so. Ich bin einfach. In der ganzen Zwischenzeit, weil hier so viele Sequenzen waren, habe ich meinen ganzen Kaffee schon aufgesüppelt. Ja, heute ist mal wieder einer meiner liebsten Tage. Wochenende Frühhüs. Hube kann zocken. Reise zum Speicherpunkt. Und ohne Umschweife nach Lugrin. Habt dafür. Boah, leider ist Hube auch ein bisschen müde, muss er gestehen. Durch die zächte Nacht und so. Ich wusste, dass Heldaruf ein bisschen müde ist. Ich wusste, dass Heldaruf ein bisschen müde ist. Ein Gefallener Hirte. Ich wusste, dass ich so genau. Ich weiß, dass Heldaruf ein bisschen was. Aber ich weiß, dass ich die Schleunen nicht weiß. Aber das würde ich sagen, wenn ich so. Und das ist, dass ich so. Ich verstehe so wenig, was diese Geheimniskrämerei von Maven und Layla soll. Was passiert denn, wenn ihr es erzählt? Erschließen sie sich dann dazu, doch nicht mehr zu reisen? Meint ihr das? Vertraut ihr so wenig? Oh man, meine Stimme ist nach so einen Aktionen auch immer im Keller. Ist das richtig? Das wird wohl richtig sein. Open it, Sesame. Oh warte, nee, die ist zu. Ich weiß auch nicht, wie man an diese eulen Truhen kommt, beziehungsweise fiel eher an die Schlüssel. Hat da einer eine Ahnung, kann er dem alten Hube helfen? Ach du Schande. Grundsätzlich cooler Ort. Ist das ein Grab oder ist das ein Monolith? Ja, Aktionspunkte suche tatsächlich. Hm, hier könnte wohl ein Monolith irgendwo stecken. Oh, nochmal zwei so verdammte Truhen. Wie komme ich an diese Schlüssel? Das nervt mich voll. Das ist natürlich mein Mann. Ist das die Behörden? Das ist der Typ. Ist das die Behörden? Ist das die Behörden? Ist das die Behörden? Wie ist das sie mit dem Schrauben? Welchen Konsequenzen? Das ist wahrscheinlich der Finale. Das ist wahrscheinlich nicht so, dass sie nicht nur jemanden sehen wollen. Ich habe mir vorhin geholfen. Aber das ist... Genau. Das ist die Schmerzen der Schmerzen. Du hast die Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen. Du fühlst dich. Das ist die Schmerzen der Schmerzen. Die Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen. Die Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen der Schmerzen. Licht und Schatten! Denn da wo Licht ist, muss auch immer Schatten sein. Wieso herrscht er der Erde? Kein bisschen. Kein bisschen. Die Schmerzen der Schmerzen des Schmerzen. Wie ist das denn, woher gab es? Versuch sie. Dort bin ich... Ich habe nicht gesehen, Sie haben gesehen. Aber... Du hast die Schmerzen der Schmerzen des Schmerzes. Deshalb herrscht es hier, ins Umfeld der Schmerzen des Schmerzen, der Kamran. Ein Kamlan gibt es in eurer Zeit nicht mehr. Hä? Das ist ja gerade ein bisschen doof. Wenn die Kamera dann plötzlich starr irgendwo verhält, ist das doof. Das ist ja wirklich. Herr Schogun. Ich will dieses Leben immer wieder weitergehen. Herr Schogun. Ich dachte, ich habe viele. Ich würde sagen, dass ich es nicht mehr zu retten habe. Aber wie soll ich das tun? Hä? Das ist doch ein paar Leute. Seit früher? Ich dachte, ich habe viele. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Nankin! Das ist die Frage. Und das ist die Reise der Highland-Hallung, und Sie sind die Rolans-Grenner, die in diesem Land haben, die in diesen Land haben. Ich habe das nicht gehört. Ich habe das nicht gehört. Ich habe das immer noch ein Zeichen von der Erde gesehen. Ich habe das nicht gehört, sondern die in diesem Lande der Reise der Reise, und das kann ich nicht nur den Lande der Reise. Das ist das auch die ganze Lande der Reise. Wer sind denn schon wieder diese Valkyren? Wer ist gerade? Warum hast du dann hier gegründet? Wenn du hier gegründet hast, dann können wir beide Ein ganzes Dorf! Das Baby ist wahrscheinlich so, ey. Ich glaube, es gibt noch ein paar Zeit. Ich komme zum Geheimnis. Ja. Ich habe die ganzen Timelines hier so ein bisschen nicht im Kopf. Früher hieß es doch, dass es super viele von den Hirten gab. Ganze Armeen von Hirten. War das jetzt noch vor dieser Zeit? Muss ja wohl. Weil das ist, schätze ich einfach mal, klein little sorry. Und es ist alles ein bisschen nicht ganz rund für mich noch. Was aber eher an mir liegt und an der Unregelmäßigkeit des Spiele. Nein, als Rollans ist es, ist es eher ein wichtiger Punkt für die Welt der Welt. Ich will die Welt, oder? Du wirst das nicht! Das ist alles. Aber das ist Mensch. Das stimmt. Das wird nicht immer noch ein bisschen verändert. Ei. Je mehr die Dinge sich verändern, desto eher bleiben sie gleich. Richtig, keine büchende Logik. Aber wenn du dich, wenn du dich, die Leute auslösen, dann könnte ich es gut sein. Gehe? Ich kann nicht so viel zu tun, dass ich mich so mache. Ah, du dich, die Leute auslösen. Ich kann nicht so viel zu denken, dass du dich, die Mäuteras zu verabschiedern. Ich kann nicht so viel zu denken. Srei-san? Es ergibt alles noch so furchtbar wenig Sinn. Nein, ich bin der Highland. Sie sind nicht wirklich ein Wunderbarer. Ich werde den Begriffen. Ich werde den Begriffen. Ich werde den Begriffen. Ich werde den Begriffen. Eine Müllhalde. Warum sollte es das nicht sein? Schlitz, Abschlacht. Was ist das Loll? Ein mächtiger Hirte wie es scheint. Und tötet er ihn jetzt nicht? I don't understand. Hey, irgendwie grad ein bisschen müßig. Wo geht's denn hin? Er ist doch in die Richtung gelaufen! Hallo? Warum kann ich denn nicht auch da hin? Seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Wo war Leila eigentlich? Das ist aber... Nevin-san. Mikurio-san. Was? Jetzt nickt sie? Gerade eben hat Leila doch noch versucht, sie aufzuhalten. Hm. Also ist Mikurio der Sohn vom Hirten? Hä? Ich bin absolut höchst verwirrt. Vor allen Dingen ist er denn dann ein Halbblut? Hanukogun! 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 Hast du plumps gemacht, fallen gelassen. Alles klar. Wie hat es denn das durch das Feuer geschafft? Er ist. 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 Er ist nicht gefci 경찰. Er ist. Ich habe Hass ins Gesicht. Was? Wer hat... Wieso hat denn der Hirte auf einmal die Macht, Menschen zu verfluchen? Das nimmt hier alles irgendwie Wendungen an. Alles klar. Ein Blitzfluch. Ach und deswegen kann er jetzt nicht sterben oder was? 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 Jawohl! Löwe! So, so, die hätten es also nicht sehen dürfen, weil der Hirte quasi schuld ist, dass Heldalf erschaffen wurde. Was heißt quasi? Er ist schuld. Komm! 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 Und deswegen konnte er sich auch nicht selbst töten. Was man halt hätte machen können, ist sich einfach zerstückellen. Was hältst du denn davon? Von Hürchen. Von Hürchen. Ja. 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 Jetzt ist das so... Ja. 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 Darauf werfen. Ein Herz. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich habe mich nicht interessiert. Vielleicht... Aber... Entschuldigung! Wir haben auch so viele Probleme gemacht. Es dauert noch ein wenig Zeit, aber... Weil ihr Mädchen seid. Also bitte. Entschuldigung. Ja. So, wir sind also immer noch nicht durch in Kamlan. Alle gucken in die Richtung und ich kann da nicht hin? For real? Das kannst du mir nicht erzählen. Alter. Oh! Opie! Opie! Fifa! Opie! Opie, geht euch nicht durch! Also ist es mit Leo Maotelos? Ach, Sorei ist dann der Sohn von irgendeinem Random. Ist der Bob aus dem Dorf gewesen oder was? Das ist dann der Sohn von irgendein Problem. 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 Alter. Selene, wieder irgendein Random NPC. Das ist dann der Sohn von irgendein Problem. 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 Und dann ist das so. Das ist dann der Sohn von irgendein Problem. Und dann ist das so. Und dann ist das so. Das ist dann der Sohn von irgendein Problem. Das heißt, Mikleo ist der Neffe des Hirten gewesen? Aber wenn seine Mutter die Schwester des Hirten war und er selber ein Seraph ist, dann muss der Hirte doch auch ein Seraph gewesen sein? Hä? Das war das, dass er das Leben des Hirten des Hirten war. Und dann wurde der Mikubon zum Seraph und wurde zum Seraph. Er wurde da zum Seraph. Ah, okay. Beides Menschen gewesen. Tun wir das? Auf welche Frage? Ei. Aus dem, wurde er einfach so zum Hirten gemacht? Warum ist er überhaupt weg? Ihr seid doch einfach absolut bescheuert. Also von allen Tales of Spielen, die ich hier gespielt habe, war das die verwirrendste Story. Was heißt verwirrend? Wie gesagt, ein großer Teil liegt sicherlich daran, dass ich so unregelmäßig spiele, aber trotzdem ist die Story irgendwie Banane, ey. Absolute Banane. Naja, egal. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Die Wahrheit trigger ich dann. Bis dahin. Ciao.